So, der Clash of Clans mit mir, dem Fred. Eigentlich wollte ich die Episode jetzt noch gar nicht machen. Ich warte auf das Update, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Deswegen, ähm, 26 Millionen Gold. Ich hab mir gerade noch zweimal für 10 Euro dieses, äh, Baupaket geholt. Das bedeutet, wir haben jetzt relativ viele Bau... 18 Mal den Bauarbeiter-Trank. Und wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Im Forum hat ja Darian gesagt, dass das Update... Moment, ich muss es nochmal eben ganz kurz nachschlagen. Äh, vierte Primzahl des sechsten Monats. Allerdings wäre das der siebte und nicht der elfte. Danke nochmal an Kira, der mir das, äh, nochmal geschickt hat. Aber er sagte, das Update soll heute kommen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ja, jetzt werden wir ganz kurz, werden wir die Lager jetzt leeren. Also 26 Millionen Gold, was mach ich denn jetzt? Jetzt ist schon wieder voll gleich. Jetzt ist schon gleich wieder voll. Jetzt kann ich sammeln. Ich kann gar... Ich kann gar nicht... Ich kann... Lol. Ja stimmt, ich kann ja gar nicht sammeln. 25,9 Millionen hab ich jetzt noch. Und wir holen jetzt erstmal eben die Preise. Also, Machtdrank nämlich mit. So, zweimal Mauerringe. Ich will auf jeden Fall Dunkles noch haben. Ich will nochmal Dunkles haben. Äh, wir wollen noch Buch des Kampfes. Nein, ich kann hier nichts wählen. Moment, 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 Moment. Kann ich auch nicht. Ah, jetzt. Okay, Dunkles. Und natürlich die Rune. Und dann sind wir ready. Äh, hab ich irgendwas... Hab ich irgendwas vergessen? Nö. Okay. Okay. Sehr gut. Alter, das Update muss kommen. Ich hab so... Ich hab... Ich hab nicht mehr so viel chillt. Also, ich hab, glaub ich, noch 13 Stunden... 13 Stunden, 56 Minuten hab ich noch chillt. Ah, Leute, ey. Wir müssen... Es muss kommen. Es muss einfach kommen. Es sollte eigentlich auch nur eine ganz kurze Episode jetzt hier werden, um einfach mal noch zu gucken, ähm... Ja, wahrscheinlich... Ich muss ja überlegen, dass diese Folge erscheint ja sowieso nur, wenn am Ende das Update dann noch nicht da ist. Also, vielleicht wird in dieser Folge noch... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange sie noch geht. Sie wird nicht mehr allzu lange gehen. Aber vielleicht wird ja dann noch, in dieser Folge, die Wartungspause beginnen. Und wir haben übrigens jetzt die Skelettballons maxed. Ich musste eben das Buch des Kampfes benutzen dafür, weil ich ja sonst... Ich konnte sonst kein neues Buch sammeln. Ich hätte sonst kein neues Buch bekommen bei den Clanspielen. Deswegen... Mussten wir das jetzt mal eben machen. Greifen wir eben noch einmal an. Es könnte die letzte... Es wird wahrscheinlich die letzte Folge als Elfer sein. Der Clankrieg ist auch noch kein Gegner da. Wir wollten ja als Elfer starten. Dann während des Vorbereitungstags auf 12 hochgehen, um die Gegner zu trollen. Aber... Bisher hab ich da noch nix gesehen. Naja, wir werden mal gucken. Wir müssen abwarten. Die ganze Warterei aktuell. Aktuell die ganze Warterei. Aber wir holen uns jetzt mal eben noch den Sieg hier, würde ich sagen. So viel, so viel, so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Komm, 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 komm. Sehr gut. Meisterhütte auch down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 61%. Kampfmaschine ist noch ein bisschen am Rödeln. Aber das kriegen wir hin. Aber echt lustig, ne? Er sagt, der vierte Printzeit des sechsten Monats. Und dann sagt er, ja richtig, das ist der elfte. Ähm, ja. Eigentlich nicht. Das wäre der siebte. Hat mir Kira zumindest gesagt. Ich hab sie mir nachgeschlagen, aber ich vertraue ihm da auf jeden Fall. Naja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Heute muss es kommen, Alter. Ich hab, wir warten noch. Nein. Und wir verlieren auch noch. Nääääh. Ärgerlich. 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 Ja. Kleinkriegsgegner ist immer noch keiner da. Wir suchen seit 80 Jahren danach. Hoffentlich passiert da noch was. Und Update. Hoffentlich. Wenn es soweit ist, werden wir es auf jeden Fall erfahren. Dann werdet ihr es hier erfahren. Dann nehm ich direkt eine Folge auf, Mami. So wird das sein. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon sehnsüchtigst wartet, was mit euren Lagern ist. Habt ihr schon ein bisschen vorbereitet? Habt ihr noch nicht vorbereitet? Meine Lager sind ja aktuell noch rappelvoll. Ich könnte mir am Ende sogar noch zwei Stunden Schild... Ne, warte mal. In zwei Stunden kann ich mir den Schutz noch holen. Das Schild ist ja eh nicht verfügbar. Also Leute, kurze Informationsfolge war das. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns später wieder. Macht Etude. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Tschüss. 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 – Either way – All my friends are here Playing my favorite song Right down top Yeah Uh Untertitelung. BR 2018